Hallo. Jetzt sind wir hier beim Trail beim Schütterstein. Das erste Mal hier im Winter. Mal gucken ob es was wird. Ich vergesse den Ärgern zuzumachen. Und weiter geht's. Hüpf. Und noch einmal. Huch, das war nichts. Das war gar nichts. Huch, äh. Huch, äh. Huch, äh. Ah, ist weg. So, da hat man Beuren. Huch, äh. Ich war jetzt gerade eben. Schau, bis dann. Huch, äh. Huch, äh. Oh, okay. Huch, äh. Oh, 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 oh. Ah, sorry, es wieder hier. Oh. Huch, äh. Huch, äh. So, das ist eigentlich nicht gerade. Ah, knie. Ah, ganz Ellerts. Huch, äh. Ich habe es nicht mehr. hier sieht es besser aus ich denke, dass es noch einmal hier in den Binnen Da wurde jetzt aber die Grippe so knapp. Die Grippe so knapp. So ein Fuß hilft immer, also beinahe. So, jetzt war's die Spanze vom Trailer eingefahren. Jetzt geht's hier noch ein bisschen entlang. Und jetzt sind wir unten. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Und dann stirbt. So ein bisschen. Das macht eigentlich wirklich Spaß. Und das war jetzt auch ein bisschen. So, kurz der erste Schreckmoment und dann war's eigentlich schon wieder. So, nix passiert. So, jetzt raus sind wir unten. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's.